Der Aufsichtsrat Nutzen sie sie, oder schreiben sie schon mal ihre Grabräder Ah Das war eigentlich nicht mein Ziel Das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, aber okay Bam Komm raus, jung Boah Ja komm Bam 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 Ah, das ist die Zielperson, die wir umbiegen müssen Hm Hm Alter Falter Alter Falter, ey. Das hätte ich gleich nicht machen sollen. Ah, wir müssen uns leider ein bisschen zurückziehen. Das ist ein Wunsch, was das? Das ist ein Wunsch, was wir? Das ist ein Wunsch, was wir? Wir brauchen den Wunsch, der für unsere Normale. Das ist ein Wunsch, was wir haben? Also, die nehm ich den Wunsch, was wir haben? So, die ist weg. Warm, er ist weg. Fuck. Er ist auch weg. Alter, das haben wir auch gleich hinter uns. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Komm, nur noch einer. Komm. Alter, Alter. So, und das ist alles nur wegen einer Scheißbehinderten. Uniform. So, sie haben es auf jeden Fall erledigt. Och ja. Okidoki. Ich würde sagen, hier haben wir erstmal genug Unheil gestiftet. Jetzt können wir weitermachen. Ah. Den will ich auch haben. Den lost hier genauer Uniform. Oh fuck, das muss aufhören. Alter, stirb doch mal. Entschuldigung. Oh, wahrscheinlich hat er dieselbe Verkleidung. Hätte mich gar nicht unboxen müssen. Ach, hier ist ein Beweis. Natürlich, wenn man hier alles wegschießt, einfach stumpf. Ist das relativ einfach. Was ist denn das für ein Straf? Okay. Bam. Okidoki. Jetzt müssen wir weiter. So, müssen wir denn jetzt hin. Ah, wo kommen wir denn hier weiter? Ah, sieht nicht gut aus. Hier hinten durch, wahrscheinlich. Okidoki. Hier müssen wir langen. So. Die Präparatora. Travis an Petroiana. Höchste Alarmstufe. Schließt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Was ist denn das hier? Aha. Okidoki. Einer ist weg. Ja, da kommen auch. Oh. Jetzt weiß ich, was das ist. Was ist der denn da? Alter, jetzt fall doch endlich hoch. So, da haben wir keine Munition mehr. Das ist natürlich ungünstig. Wir müssen leider hier was kaputt machen. Sonst macht der uns kaputt. So. 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 Komm, zeig dir. So, das hätten wir auch erledigt. Dann noch ein bisschen Munition. Oh, oh. Glück gehabt, dass wir da nicht lang gelaufen sind. So. Okay. Sprengstoff, nehmen wir mal mit. So. Travis, die Blockade, ist jetzt Zeit, um ihn abzurechnen. Okay. Bam. So, Baby, Travis, jetzt bist du dran. Sie raffen es nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Padam. Hitman, Absolution. Dianna. Tu, was du tun musst. Du, 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 was du tun musst.